Ich freue mich riesig auf den Kongress. Dieses Jahr bringt so tiefe neue Herausforderungen für uns mit, jetzt schon, wenn es darum geht zu bestätigen, was wir tief in uns drin als wahr erkennen und was es überhaupt bedeutet, Mensch zu sein. Und es ist gerade jetzt zwingend notwendig, zum Beispiel, dass wir uns mit Themen wie künstliche Intelligenz und die unkontrollierte Ausbreitung drahtloser Technik konfrontieren. Es ist wirklich ein entscheidender Moment für uns noch echte Menschen. Wir sehen uns und spüren uns am Ammersee. Wir sehen uns am Ammersee. Wir sehen uns am Ammersee. Ich freue mich.